so hier sind wir wieder back in action modern warfare 3 und fungamer die vertragen sich zwar nicht immer die zwei aber es geht stetig voran geschichte mit voran getrieben läuft wir folgen pricey und dann sind Oh, der Kohl! Noch mehr Feinde! Die weg voraus! Ich sehe sie! Oh! Wow. Einfach eine Pölzenbrüche. Pölzen, pölzen, pölzen. So. 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 Let's do this. Diese Munition ist meistens noch. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Die Treppe, linke Seite, raus! So. Oh! sehr nice Boah. eine gute position mit voller ladung dann machen wir das und dann noch mal Ups Da haben wir noch Ziele. Luftbosenraketen online. Luftbosenraketen online. Luftbosenraketen online. Luftbosenraketen online. Da haben wir noch. Da haben wir noch. Gute Macht! Mehrere Abschüsse! Schmort ausschalten! Jetzt sind Raketen online. Hier. Kreditadrone bereit für nächste Ziele. Kreditadrone bereit für nächste Ziele. Luft operativen online! Willkommen dann auch Leute! Gute Macht! Mehrere Abschüsse! Gute Macht! Gute Macht! Luft operativen online! Guter Treffer! Luft operativen online! Oh! Kreditadrone bereit für nächste Ziele! Das war's für heute. das ist online kreditor-drohne bereit für nächste Schuss der Ziele Luftmotorraketen online Guter Treffer. Luftgrote Rascheten online. Krediter Drohne bereit für nächste Flüge. Luftgrote Rascheten online. Luftgrote Rascheten online. Luftgrote Rascheten online. Luftgrote Rascheten online. Krediter Drohne bereit für nächste Flüge. Luftgrote Rascheten online. Luftgrote Rascheten online. Krediter Drohne bereit für nächste Flüge. Luftgrote Rascheten online. Krediter Drohne erwischt! Oh... Verstanden sagt man! Odin 6. Spielkoordinaten sind wie voll. 7-9-4-4... Oh, jee, jee, jee. Wischte, teparek. Heftig, heftig. Juri, übernimm die Tür! Jawohl! Juri, übernimm die Tür! Na dann! Gehen wir tief in die Mine! Oha! Du bist nicht so schnell! Damn! Die Position ist doch gleich alle! Na gut. Es geht ab jetzt. Oh. Oh. Wir müssen durch die Tür ab. Verstärkter Stahler, kommen wir nicht durch. Na da. Nach oben. Oh. Falsch, falsch, falsch war das jetzt. Zu lange gebraucht zum Anbisschen und zu lange gebraucht, dass ich gemerkt habe, ich will mit der anderen Waffe schießen. Das war ein tolles Schuss, Alter. Im Fall noch. Bewege ich. Versammeln Sie die Tür und ziehen Sie zum Treffpunkt. Bewegung, Bewegung. Hier stürzt gleich alles aus. Verstanden. M1 ist unterwegs. Ankunft in etwa 30 Sekunden. Bereit machen. Oh. 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 oh ah Wir haben den Präsidenten und behaupten, wir müssen welche verdammt. Der Präsident ist sicher! Halt durch! Ich helfe dir! Price, du musst los! Schaff den Präsidenten raus! Fink nicht weiter an, Kumpel! Wir machen das zusammen! Truck, sichert die rechte Seite! Direkt hinter mir bleiben! Wir machen das! Wir machen das! Wir machen das! Untertitelung. BR 2018 Oha Oha Präsident Rorschewski bei seiner Rückkehr nach Moskau zu begrüßen. Berichten zufolge sollen die Friedensgespräche zwischen Russland und den USA beginnen. Anderen Meldungen zufolge ist der ultranationalistische Anführer Wladimir Makarov noch nicht gepasst. Wir schalten zum Rosenkarten, wo der Präsident mit seinem russischen Amtskollegen auftritt, um das Ende der Feindseligkeiten zu verkünden. An diesem historischen Tag treten die Vertreter zweier großer Nationen vereint vor sie. Krieg ist simpel. Angreifen ist das einzige Geheimnis. Trau dich, dann weicht die Welt zurück. Wie schnell sie vergessen, dass allein der Wille eines Mannes schon die Welt verändern kann. Wer ist da? Gefangener 627. Ich bin wegen dir hier, Makarov. Haben Sie es nicht gehört, Preiss? Der Krieg ist vorbei. Mein Krieg endet mit dir. So wie für Captain McTavish? Sagen Sie, Preiss, wie lange lag er im Sternen. Ich habe eure Welt Stück für Stück zerstört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie finde. Da musst du nicht lang suchen. Ja, und hier endet auch wieder die Folge. Ich bin ein Fanggeamer. Sie verschafft uns Zeit. Nikolai, sind Sie in Ihrem System? Das ist Call of Duty 1 und Warfare 3. Jetzt geht es ihm wohl wahrscheinlich gleich an den Karni. Aber das kommt das nächste Mal.